Hey Leute, wir kommen zum neuen Fortnite-Video mit Leon. Und wir spüren jetzt Drift, äh, keine Ahnung, wie das noch heißt. Genau, Drift, keine Ahnung was. Und jetzt habe ich das schon gekippt. Ey, Digga, ich mache meine Anmoderationen sehr traditionell. Ja, ich mache eigentlich meine Anmoderationen immer so, wie ich es halt immer mache. So mache ich es ja auf TikTok. Digga, er macht gleich wieder meine 90-Flex des Lebens. Ich bin so schlecht, gell. Ich kann das 1-Win-Win machen. Lass mal eine Win-Win machen. Ja, ich komme, ich komme gleich. Ich muss nur schauen, was da oben auf dem Berg ist, muss ich schauen. Ja, ich mache meine 500 PS-Lamper auf, Digga. Was? Was? Ich komme nicht. Was kommt nicht mit dem Nummer? Haha. Hey, komm. Hä? Ihr habt doch, wir machen jetzt 1-1, oder? Ähm, ohne oder mit JPEG, aber man darf es nicht so Hardcore benutzen. Das ist halt so Hardcore Unfair. Okay, ja. Man muss einen in den Tasselot freihauen. Wie viele Waffen hast du? Ja, weil das die Regeln von uns sind 1 gegen 1. Okay, das darf man schauen. Das ist so unfair, weil du triffst nicht immer hunderter Hits. Ich glaub, ihr in der Arme passt nicht. Ich hab' gesagt, ich glaub' eh, mein Pump nicht. Ja, lass' ihn halt. Ja, mach das. Ja, mach das. Sorry. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ich hab' mit mir spülen. 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 Also, möchtest du dann nicht mit mir spülen? Ja, weil ich geh' halt dann einfach wieder auffahren, denn du spülen magst mit mir. Ich bin eigentlich nur fort nicht wegen dir. Ja, eh, aber ich spülen nur wegen Freunden. Doch, hab' ich auch aber die Zocken, die mit mir weiss nicht an sind oder keinen Bock auf mich haben. Oder fort nicht die Zocken. Oder fort nicht die Zocken. Hä? Jo, was ist denn nicht mehr gekommen, was da gekommen ist? Sorry. 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 Nein, ich habe dich gekürt. Ja, Yoshi-Philipp hat die Gruppe gelutscht. Ja, komm, lass Granaten-Duet machen. Ja, dann kill mich doch, du Gscheitern. Ich habe nur vier. Aber ich schwöre, dass eine Video da, wo die Axt bei unserer Press gebrochen ist zur Hälfte, ich schwöre, wir wissen nicht mehr, wie wir den Drackel heimbringen. Hallo, Granaten-Duell. Hier wird es richtig für P minus. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Aber es ist eigentlich unfair, weil du mir am Anfang gehittet hast. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich schieße ihn nicht ab. Junge, du brauchst gleich wieder eine ganze 90s und alles. Es ist so los, was du machst. Ey, die Katz von meiner Schwester ist Willi. Der ist richtig süß. Oh mein Gott. Hey Prediger, was sind wir für ne geilen Waffen? Chillies Southpacks. Ich hab nix genommen außer die Pumpbeuder. Ich nehm da nur ein paar Freunde-Schüler-Basis. Ich nehm da nur ein paar Freunde-Schüler-Basis. Ich nehm da nur diese Pumpbeuder. Ich nehm da nur auf die Summe durch und russetze. Und drehe ich noch drei Mal aus. Ich sage nicht, ich gebe euch noch etwas. Wir machen jetzt das Ohr-Basis, das Ohr-Basis. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich kann jetzt noch eine Kamera auch noch mal ab und probieren. Hebrébroute Vielen Dank. Wir haben die Lüsch einfach wieder. Wir haben die Lüsch einfach wieder. Wir haben die Lüsch einfach wieder. All right. Wir haben die Lüsch einfach wieder. Warte, ich muss was anderes ausrüsten. Wir haben die Lüsch einfach wieder. Wir haben die Lüsch einfach wieder. Wir haben die Lüsch einfach wieder. Okay. Okay. Fuck you. Okay. 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 Ich hab's vergessen, dass das Drecksvieh rennt. Oh fuck! Hm, ich hab' unmöglichkeit zu entscheiden. Soooo! Nee! 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 weil ich hab kaum getroffen. Doch hab ich schon mal gehört. Aber eher mit seiner tranzigen Autopump, oder? Tranzige Autopump. Der hat den Tag und Der hat den Tag und der Tag. Jetzt werde ich den Tag. Das installation und der Tag. Schaltige Autopamt, Digga! Ja, keine Ahnung. Haha, so Leute, das war jetzt das Video und Bye!